ja sehr willkommen zu diesem neuen video auf meinem kanal und ja lange 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 ist es her dass ein video kam gestern aber okay heute mal ein video einer ganz besonderen art ich hab mich heute mal ein bisschen so auf youtube rum begeben und ja dann habe ich auf einmal ein video gefunden was ich euch gleich zeigen werde und ja das sieht man meinen ersten minecraft server als developer und ja ich weiß auch nicht wie ich dieses video gefunden habe ich habe einfach mal so flexcraft.de eingegeben auf youtube und ganz ganz zufälligerweise es gibt ein youtuber der hat dieses video aber eine server vorstellung über diesen server gemacht und die ist sogar noch online vor sogar drei jahren am ich glaube 27.01.2015 bin mir allerdings jetzt gerade nicht sicher ähm ja auch ich zeig euch jetzt auch ich blende das video hier einmal ein und mach dazu live commentary und los geht's mal zu einem kleinen server sooo nehm ich von dem flexcraft.de server jetzt ist ein pvp server wie ihr hier auch schon seht gibt es währenddessen auch noch also pvp server hier gibt es skyblock oh skyblock damals survival games und dann noch ganz normales arena pvp das waren noch Zeiten und wenn ihr jetzt darauf achtet da stehe ich gerade der zockende kon damals noch als developer das waren noch Zeiten weil ich video hochlade essen rausholen das im chat das war sogar eine nachricht von mir nachdem jetzt noch hier skypepekelt da wenn ihr bugs lags etc wendet euch an der zockende kon oh mein gott sooo das waren noch Zeiten ein bisschen kurz warte stürme ein bisschen so ey wie ich den server damals gepusht hab so wieder kurz jungen passed da stehe ich immer noch und das hd habe ich mit diesen nametag edit gemacht skyblock hier ist leider gerade offline die haben nie existiert so und es haben sie auch das genau so wie der minecrafts-hörer also das stürme ein bisschen wegen alle wissen ja ich bin der pvp bau hoch 10 und den holen wenn es da kommt kommt auf der anderen Seite auch besser hihihi hihihi oh man oh das fubi den kenn ich auch noch sogar ok so pvp barbo ne und wie gesagt unten steht sogar noch connected über flexcraft.de skyblock und style games gibt's hier damals hatten wir noch ne ip und sind auf ne domain umge- äh geswitcht ich frage mich was da vorne noch auf dem schild stand schild 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 mit server sein sogar noch gemacht der leider heute nicht mehr existiert ja flexkraft leider auch nicht mehr richtig zu seltsen so richtig damals war auch das scoreboard wie ihr recht seht nicht so vollgemüllt wie jetzt wie sagt ich liebe es geht um Fiesse war hoffentlich liebt es ja auch ich liebe das alte es geil viel viel auch noch da wir sind wir haben die existiert ja reden es ist es gab es ist wie sie erkennt wir machen es so viel wie das Geld haben da hatte ich damals die Arena nicht richtig das müssen sie auf jeden Fall Prozent Prozent der Stiftung man kann der Abbau man kann da auch platziert aber kein Lava das ist auf jeden Fall das war von der Sendung ist glaube ich so dass so sie geht die 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 sich die Kürze Prozent das Geld auch nichts Geld gelockt nein sechs Wochen die die Säbis hat der Vorhaben das Wort das war immer nur ab die Einführungspieler von Zelle kommt weil ich halte es kommt zu dem Spiel den Boxen ist totig und er hat aus dem Ort aber schon drinnen links im Chat sie dann schon wieder da habe ich auch geformte gemacht ich bin ich aber nein das bin ich nicht doch so dichter Robb der Benutzer gab die Zweiheer Kaste Bielkastik er hat da war ich da stehe ich immer noch oben rum Ghostmask HD war sogar ein Hacker wie ich mich jetzt einfach an diese gesamte alte Zeit erinnere das ist krass ich glaube ich mache nochmal so einen Server aber so richtig oldschool vermisse ich aber richtig schlechteste für 4 Spieler vielleicht Hotkey kann wie ich ich liebe das Geld es sind es gibt es was es gibt ich habe er ausiert so Wessler aber schon zu sagen dass das ist ein kleines Video auch rechts ist es dort wo es ist ganz oben das hat das Video schon bis zum nächsten Mal So Leute, also jetzt hattet ihr schon mal so den groben Einblick in meine Servergeschichte und so habe ich damals wirklich mit dem Programmieren angefangen. Mittlerweile bin ich bei Java, PHP, HTML, SQL und ja, so habe ich damals angefangen. Plugins downloaden und konfigurieren und wenn ich jetzt mittlerweile sehe, was damals war und wie es jetzt heute ist, das sind Welten und dazu soll die nächsten Tage auch nochmal ein neues Video kommen und ja, das war es vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, immer ein Abo da lassen, freut mich auch immer. Ja, jetzt sehen wir uns im nächsten Video, haut rein und ciao! Ja, jetzt sehen wir uns im nächsten Video. 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 Ja, jetzt sehen wir uns im nächsten Video.